Hey Kinders, was geht bei euch? Direkt nach dem letzten Video wurden mir einige weitere tolle Produkte vorgestellt oder an den Kopf geschmissen, die ich mir auch mal anschauen sollte und eines darunter ist eben Podifax Pax Manax, das Produkt, das dich vor Kacke schützen soll von anderen. Wir schauen uns die ganze Sache einfach mal an und ich zeige euch, warum dieses Produkt wirklich der komplette Wahnsinn ist. Remember the last time you used a public restroom? Ja, also man muss natürlich sagen, dass öffentliche Toiletten echt eklig sein können. Also ich war glaube ich bis jetzt noch nie auf einer gesessen, weil wenn ich reingegangen bin und sowas gesehen habe und es ist leider echt so oft, dass die Dinger komplett zugeschissen sind oder verschmiert oder sonst wie, wobei das hier etwas übertrieben ist. Da ist ja sogar, habt ihr das gesehen, dass da ein Handabdrücker da war? So schlimm war es noch nicht, aber ich habe auch schon schlimme Dinge erlebt und dann gehe ich natürlich wieder raus und gehe dann in den Wald, in den Gebüsch oder sonst was. Wenn man so eine Toilette sieht, stellt man sich natürlich die Frage, wie sowas überhaupt passieren kann, ob jemand mit der Absicht daneben zu kacken reinkommt oder sich denkt, hey, ich schmier mir das nicht ins Gesicht, sondern auch an die Wand. Ich habe auch schon öffentliche Toiletten gesehen, in denen die Türen aufgetreten waren. Also die Türen, mit denen man die einzelnen Kabinen zuschließt, waren einfach rausgetreten oder hingen schief drin. Wer hat so explosiven Durchfall, dass dann nicht nur die Schüssel, sondern sogar die Tür springt? Des Weiteren finde ich es auch immer wieder krass, dass Leute da irgendwelche Sachen an die Wand schreiben, von wegen Roy war hier oder Jonathan hat hier irgendeine Tussi geknallt. Für wen schreibt man die Nachrichten hin, hofft man, dass irgendjemand sich das anguckt und sich denkt, ja, der Roy war hier, sweet. Ich war auch eben hier, ist immer noch warm von Roy. Wir gehen aber mal davon aus, dass man die Toilette so oder so benutzen muss und diese Pottypacks-Geschichte soll einem eben dabei helfen und zwar wie folgt. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist das eine aufgefaltete Windel und man sich den Stoff rausgenommen hat oder was? Ich hab sowas noch nie gesehen. Sind hier zwei Löcher, um sich reinzustellen in die Toilette oder kann man dann in die Mitte kacken und das mitnehmen und hat dann einfach so ein Pausenbrot dabei? Man soll das Teil also einfach nach Benutzung etwas abwischen und dann einpacken und das Ganze wiederum einfach in der Hand halten oder in die Tasche packen, die man dabei hat. Das bedeutet, man nimmt sich die gesamte Toilette der anderen mit. Man hat auch nie im Leben die Möglichkeit, in einer öffentlichen Toilette, dieses Teil richtig sauber zu machen, wenn man es auf einen komplett verschissenen Klo-Deckel legt. Ich war auch schon auf Toiletten, die extrem niedrig sind. Das heißt, diese Teile, die da an der Seite runterbambeln, würden dann auf den Boden kommen. Das heißt, mit der ganzen Pisse und so in Berührung kommen und die vielleicht sogar noch aufsaugen, wer weiß. Und dann sagt sie hier, einfach sauber machen. Ja, natürlich, einfach sauber machen am Arsch. Ich bin mir sicher, man könnte sich mehrere Pottypacks holen und die einfach ungewaschen an die Wand hängen und dann würden irgendwann Pilze rauswachsen. Natürlich macht die Maschine die ganze Geschichte dann wiederum richtig sauber und ich sehe auch den Sinn hinter so einem Produkt, um eben solche öffentlichen Toiletten wirklich benutzen zu können. Aber wofür ist denn bitte schön Toilettenpapier da? Man kann doch einfach Toilettenpapier da hinlegen, das Klo benutzen und die ganze Sache dann einfach runterspülen und nicht den ganzen Dreck mit sich führen. Ich finde doch irgendwie, dass die Sprecherin extrem komisch klingt, als hätte sie die Teile schon jahrelang benutzt und jetzt eine Arschvergrößtung am Start. Sie haben mir noch tolle Sachen beigepackt, wie diese antibakteriellen Handabwichtstücher, Hand-Santisizer und Travel-Tissues. Natürlich sind diese ganzen Sachen einzeln betrachtet auch echt ziemlich sweet, aber da die meisten, also vor allem Frauen so Zeug, eh mit dabei haben und Männern es eh egal ist, ob sie sich auf die Hände kacken oder nicht, reißt mich das jetzt eher nicht so vom Hocker. Es ist bei uns zum Beispiel tatsächlich so, dass meine Freundin immer Desinfektionsmittel mit dabei hat und Taschentücher sowieso. Also sie hat immer eine Rotznase und hat immer Taschentücher dabei. Ich hingegen trotzdem in die Hand, lass es trocknen und ess es, weil ich ein Mann bin. Habt ihr gesehen, dass das Ding auch Taschen hat? Vergiss die Tage, in denen du als Kind Stöcke, Steine und sonstigen Scheißen deine Rosentasche eingepackt hast. Jetzt hast du Partypacks mit drei Extrataschen. Sweet! Jetzt kommen sie noch auf die Tour, dass wenn in deinem öffentlichen Klo irgendwas fehlt, wie zum Beispiel Seife, du ja dein kohlverschmiertes Klo-Kondom mit am Start hast, in dessen drei Taschen, die mittlerweile wahrscheinlich dick mit Klabusterbeeren vollgestopft sind, ja auch noch sowas wie Seife vorhanden ist. No soap or water? No problem! No paper towels or toilet paper? No problem! Das ganze Ding kostet 1999 und kommt auch noch mit Kindermotiven an den Start. Ich kann natürlich verstehen, dass sowas gerade für Familien, die viel unterwegs sind, eine tolle Sache ist, aber es gibt erstens mal viel bessere Produkte und zweitens gibt es Toilettenpapier.